Deutschlandfunk, Medias Rees. Seit über 20 Jahren wird die junge Welt vom Verfassungsschutz beobachtet. Dagegen hat die Zeitung, die am linkspolitischen Rand einzuordnen ist, geklagt. Den Eilantrag hat sie allerdings kürzlich vor dem Berliner Verwaltungsgericht verloren. Eine Entscheidung im Hauptverfahren folgt noch. Ist es legitim, die junge Welt zu beobachten? Eine grundsätzliche Frage, die über den konkreten Fall hinausgeht. Michael Mayer berichtet. So klang vor fünf Jahren zum 70. Geburtstag der jungen Welt ein Werbespot. Doch schon dieser erhitzte die Gemüter. Mehrere Radiosender wie der MDR oder die Ostseewelle weigerten sich, die Geburtstagswerbespots auszustrahlen. Zu ideologisch, zu politisch, so lauteten die Vorwürfe. Die junge Welt ist eine Zeitung, die in der Presselandschaft eine extreme Position einnimmt und sich laut Eigendarstellung als marxistisch-kommunistisch versteht. Die Blattmacher hegen durchaus Sympathien für Gesellschaftsmodelle wie in China und Kuba. Für den diktatorischen Inselstaat gibt es seit Jahren eine Unterstützerkampagne. Und auch im aktuellen Ukraine-Konflikt steht die Zeitung keineswegs zuerst an der Seite des Westens, sondern wittert sogenannte Nationalisten, die sie als Faschisten bezeichnet, in der ukrainischen Gesellschaft. Das sind sicher kommunistische Positionen. Aber muss man die Zeitung deswegen beobachten? Stefan Huth, Chefredakteur der jungen Welt. Ich denke, der Grundfehler und der Grundkonflikt, der uns jetzt hier schon so lange beschäftigt, liegt darin, dass der Verfassungsschutz uns abspricht, dass wir ein Medium sind, ein journalistisches Produkt erstellen. Wir sind auch keine Redaktion in den Augen des Verfassungsschutzes, des Inlandsgeheimdienstes, sondern ein Personenzusammenschluss oder eine Gruppierung, der bestimmte politische Ziele verfolgt. Und das ist, würde ich denken, der Grundwiderspruch, den wir da anmelden würden und sagen, auf jeden Fall, wir sind ein Presseprodukt. Wir erstellen jeden Tag eine Tageszeitung und das ist das Hauptziel unserer Tätigkeit. Der Geheimdienst unterstelle der Zeitung, dass sie einen Einparteienstaat in Deutschland errichten wolle, eine Art DDR 2.0. Stefan Huth. Es ist so, dass wir jetzt diesen Staat nicht für sakrosankt erklären, aber wir denken zum Beispiel und haben auch Gründe dafür zu sagen, also was zum Beispiel Kriegspolitik betrifft, auch Außenpolitik in vielen Bereichen, dass das ein besserer deutscher Staat war und dazu stehen wir eben auch. Ein weiterer Vorwurf des Verfassungsschutzes, die Zeitung distanziere sich nicht ausreichend von gewalttätigen Aktionen. In ihrer Selbstdarstellung schreibt die Redaktion, die junge Welt unterstütze, Zitat, alle politischen Formen des Protests und des Widerstands gegen diese Tendenzen, gemeint sind Faschismus und Unterdrückung. Doch ist eine solche Aussage schon ein Grund für eine Beobachtung? Stefan Huth meint nein. Das ist auch gar nicht unser Weg. Also wir sind ein Medium und bilden ab, was da ist. Und wenn wir bestimmte Tendenzen zum Thema machen, heißt das nicht, dass wir sie uns zu eigen machen. Die Meinung eines Gastkommentars müsse sich nicht zwangsläufig mit der redaktionellen Linie decken. Ähnlich argumentierte die Redaktion der rechtskonservativen Jungen Freiheit in einem Fall, in dem es um die Beobachtung durch den Landesverfassungsschutz NRW ging. Das Bundesverfassungsgericht argumentierte mit seinem Urteil zur Jungen Freiheit dann 2006, dass ein Presseorgan grundsätzlich vom Staat beobachtet werden darf, sagt der Rechtswissenschaftler Matthias Becker von der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Dass eben auch die Presse beobachtet werden kann und dass das im Prinzip auch nicht die Feststellung eines Rechtsbruchs voraussetzt. Von daher ist das also aus meiner Sicht kein gewöhnlicher Vorgang, ist kein unproblematischer Vorgang, aber eben auch keiner, also wo man von vornherein sagen könnte, das geht nicht. Die Behörde verstehe sich als eine Art Frühwarnsystem. Wenn jetzt eine Zeitung beobachtet wird oder ein Verlag oder so, wirft das natürlich spezifische Fragen nochmal auf, weil hier die Pressefreiheit berührt ist, weil der Staat besondere Neutralitätspflichten gegenüber der Presse hat und dann ist es natürlich erstmal nicht unproblematisch, wenn dann trotzdem eben auch an zulässige Tätigkeit eines Presseunternehmens so eine Beobachtung anknüpft. Presseunternehmen können im Ausnahmefall also durchaus durch den Verfassungsschutz beobachtet werden. Doch welche genauen Kriterien sollten hierbei angelegt werden? Stefan Huth von der Jungen Welt will durch alle Instanzen gehen, falls auch das Urteil im Hauptverfahren negativ ausfällt. Ein Bericht von Michael Mayer. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt diehomedoie bottleneck. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die Vielen Dank.